Hey Freunde, FIX hier, ganz kurz vor diesem Video. Ich möchte euch heute nur wieder sagen, dass es 2000 V-Bucks in diesem Video zu gewinnen gibt, plus die Chance auf 13.500 V-Bucks, also auf dieses 100er-Paket. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Daumen nach oben da lassen, Abonnent von diesem Channel sein, weil ich will es natürlich an meine Abonnenten zurückgeben und mich als Creator hier im Fortnite-Shop eintragen. Das funktioniert ganz easy, ihr geht auf den Fortnite-Shop, unten rechts steht, unterstütze einen Creator, da klickt ihr drauf, da schreibt ihr FIX rein, klickt auf Annehmen und dann schreibt ihr noch in die Kommentare, Hashtag Zoe. Falls ihr das heute gemacht habt, denn heute kommt ein richtig crazy Bug auf euch zu. Ich will euch gar nicht länger auf die Folter sparen, deswegen macht beim Gewinnspiel mit, viel Glück an jeden und let's go. Hey Freunde, FIX hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale zusammen mit dem Marke Rus. Hallo, Markus. Leute, wir zocken heute ein bisschen Duo und wir haben heute einen richtig, richtig krassen Bug dabei. Markus hat mir vorhin einen Clip geschickt, hat gemeint, ey yo, schau mal, du kannst jetzt unsichtbar werden, ohne, ohne Hex, oh mein Gott. Ach, die können ja wegfliegen, oh mein Gott, was seid ihr für Ehrenlose. Die klauen meinen Loot und springen runter und fliegen einfach weg. Ich hab gedacht, die sind beide tot. RIP. Meiner ist auch weggeflogen. Ja, geil. Egal. Leute, wir zeigen euch auf jeden Fall gleich diesen Bug. Es ist einfach crazy, dass sowas in Fortnite überhaupt existiert. Ihr seid wirklich fast komplett unsichtbar und der Gegner sieht euch halt einfach nicht, deswegen, ne. Und das ist leicht OP. Und dann soll mal jemand sagen, Skins bringen keine Vorteile im Spiel, ne. Steht ja mal unten im Shop so. Diese Gegenstände bringen euch keine Vorteile in Fortnite. Okay, jetzt lass erst mal schauen, dass wir hier die Leute clearen, ne, falls hier überhaupt noch jemand ist. Hast du gute Waffen? Ja, ne Pump und ne MP, ne Core. Okay. Ich glaub, hier sind wir solo. Die sind alle weggeflogen, ey. Ja, meiner auch, ey. Bei mir sind zwei Leute, die sind vom Schiff runtergesprungen und abgehauen. Okay, Leute, scheiß drauf. Solange ihr keiner ist, haben wir ja Zeit, euch diesen Bug zu zeigen. Und zwar funktioniert es nur mit der Zoe, mit diesem Zoe Skin, falls ihr den Skin nicht habt. Dann habt ihr leider gefällt. Aber, Markus, laufen sie davon. Am besten darüber, Richtung Süden oder so. Oh, oh. Gegner. Gegner? Ah, okay. Schade. Ah, ich seh ihn. Hallo. Nice one. Okay. Naja, Fresse. Okay. Warte, hier ist noch eine Kiste. Markus, laufen sie davon. Hier oben ist eine grüne Rifle. Okay. Lauf. 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 Tada. Er ist unsichtbar. Gehen wir ein bisschen nach rechts. Ah, andere Richtung. Nach links von dir. Leute. Schaut euch das an. Man sieht nur noch seinen Kopf, seine Füße und seine Hände oder so. Ist keine Ahnung. Und wenn er keine Waffe in der Hand hat, sieht man halt nichts außer das. Und das sehen auch die Gegner. Also jeder sieht sozusagen nur das von ihm. Wir könnten uns voll weit auf Range stellen, snipen und die Gegner würden nur unseren Kopf sehen. Das ist unglaublich krass. Ich weiß nicht, wie lange dieser Bug drin bleiben wird. Es funktioniert auch nur mit der Zoe. Irgendwie wird sie nicht gerendert, die Textur von ihren Klamotten oder so. I don't know. Aber das ist schon crazy, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es schon kanntet. Und, äh, keine Ahnung, bitte nutzt es nicht aus, um es so zu gewinnen. Wir haben es jetzt nur in diesem Video hier, um euch das halt zu zeigen. Ich spiele sowieso nicht die Zoe so gern. Nicht? Nee. Aber wobei, jetzt halt. Voll geil, ey, oder? Pell, du mögen uns die paar sein? Wieso denn nicht, ne? Voll geil. Das ist schon crazy, Leute. Das ist schon richtig crazy. Ja, lasst nach Greasy reinfliegen. Wie du einfach unsichtbar auch fliegst. Ich hab... Ja. Man sieht nur unseren Gleiter jetzt, wenn die in unsere Richtung schauen. Da sind Gegner. Ja, auf dem Dach. Ich hab kein Schild, ne? Ich hab... Biggie. Hast du den unten killen, oder? Ja. Einhift, weit. Down. Weiter hinten noch. Hinter uns. Hinter uns. Das hat mir gut Hits gegeben. Mir auch. Ich hab Bandis. Ich hab Bandis. Ich drück mir kurz Bandis. Fightpot. Hm? War noch was hier? Ja, ja. Richtung Südosten sind noch welche. Ich brauch die Munition da. Ich glaub noch ein Duo. Oh shit. Aber vielleicht sehen sie uns nicht. Weil das Blöde ist, mit einer Sniper, wenn die hier her scopen, dann sehen die sozusagen näher. Dann rennt sie wieder hinten. Siehst du? Die machen... Die killen Zombies. Ja. Ich hab... Weiter unten ist auch jemand. Weiter unten siehst du, wo diese Steinwand gebaut worden ist? Da ist auch jemand. Lass den pushen gehen. Ich hab nicht so viel Schutz. Für Sturmgewehr? Ja. Oh, hier sind Minis. Schau mal hier. Wie viele? Drei Stück leider nur. Hier Sturmgewehr, Muni. Ich hab auch nicht so viel, aber ist egal. Okay, ich glaub, die haben die gekillt alle. Außerhalb zwei Stück wahrscheinlich. Vielleicht retzt der gerade. Da ist einer. Oh fuck, ich hab gefehlt. Hab ihn? Ja, okay, nice. Das war die letzte. Hier ist ein Chuck Chuck. Alles klar. Was haben die für Loot, Mann? Da unten wird noch geballert, ne? Okay. Ja, willst du eine Scar? Hier liegt noch eine Scar. Hier liegt noch ein Chuck. Hier liegen noch zwei Minis. Blaue MP. Sniper. Yo. Alter. Grabber. Hast du Munizio? Für? Ja, ja, ich hab alles. AR. Hier. Mini, alles. Ich dropp dir die Hälfte. Ja, lass da hin. Ah ja, die fighten dann. Hinter uns. Ach, komm. Der pusht. Hat einen Hit. Noch ein Hit. Muss Minis nehmen. Ja. Boah, ich hab den oben so gelasert. Willst du andere? Hier, Klaus. Ad hit? Ja, ist richtig laut. Nice one. Von GG, Alter. Die kleinen Mahnsöhne, ey. Von hinten, Alter. Ja, Mann. Okay, lass die unten killen. Ja. Ich hab zehn Minis. Nice. Ich hab mir grad einen Slurp reingehauen. Ich hab noch einen Chuggie übrig. Und einen Campfire hab ich auch noch. Einer ist richtig laut. Einer snocked. Ja, kriegst du, oder? Sehr schön. So muss das. Ach, kills. Let's go. Alles nur, weil wir unsichtbar sind in diesem Game. Ja. Kannst du jetzt mal mit gebahnt nehmen. Ja, warum? Kann man nicht, ne? Ich weiß doch nicht, dass ich unsichtbar bin mit der Sawi. Ich geh da einfach nicht gern. Ich mag den. Ist mein Lieblingskind. Wo seid ihr, kleinen Madensöhne? Ich komm unsichtbar geflogen. Mach dich halt nur den Gleit. Oh, da vorne, da vorne. Richtung 60. Frauen da. Ach, komm. War er jetzt zurückgelaufen? Der pushtet? Hat einen Hit. Dann will ich mich drücken. Hinter mir falle? Ja. Hinter mir. Ich wurde gelasert. Ab, beide? Fuck. Das Problem ist halt, hier sind eine Million Zombies, ne? Alter. Ich krieg die halt niemals weg von dir. Töte, töte sie. Ja. Ich geb mein Bestes. Oh mein Gott. Das schaffst du. Die Zone kommt. Oh mein Gott. Okay, rip. Ich bin rip. Warte, hab ich ne Trap? Ich bin ripped. Oh fuck, fuck, fuck. Ja, du bist ripped. Nein! Egal, ich laufe, Markus. Diese Kack-Zombies, ey. Ich hasse sie. Es ist so nervig. Dümmste Änderung im ganzen Game, ey. Wegen diesen Pissern, die uns pushen wie Sau, ey. Shit. Vor allem, du hast ihn halt auch nicht gehört, weil die Zombies hinter dir waren. Ja. Bereits den Gegner noch. Pack mal. Easy, cheesy. Wie viele Kills hast du? 2. 3 Kills. Alles klar, Markus, ne? Ja, Klaus für alle. Das üben wir nochmal mit den Kills machen, ne? Klaus für alle. Klauen angeblich, ne? Schauen wir dann mal im Gesamt damit am Ende. Das kann man nicht zählen. Wo dann auch mit rein zählt. Da. Das fliegt zu mir, oder? Sehen die mich? Nein, nein, die geht so ruhig, ne? Oh mein Gott. Alter, wie konnte das kein Hit sein? Immer schön weit wegbleiben. Nice. Da ist der Hit. Der healt sich jetzt. Ich muss einfach nur ein bisschen auf Range stehen. Ja. Grappler in die Hand drücken. Zombie. Da liegt halt unglaublich viel Luft, ne? In den gebauten, one by one? Ja. Ach, komm. Oh, der ist noch. Voll Damage. Nice, Mann. Der ist ganz tot, ne? Ja, ja. Voll Damage Kill. Auch von rechts. Ja. Voll die rechts. Ich bräuchte irgendwie Heilung oder sowas. Ja. Damit die mich gar nicht mehr sehen können. Da sind halt auch zwei, ne? Mann, ey. Ich muss die eigentlich lautlos killen. Ich muss eigentlich auch in Border gehen. Ja. Das Ding ist, dass wir jetzt Zombies verraten sich. Big Shills immerhin. Shit. Wie viele Raketen haben die denn? Ich weiß auch nicht. Okay, ich muss da am besten hoch. Ich hab fünf Grabs. Komm ich mit fünf Grabs da hoch? Ja. Ich pushe einfach rein, oder? Sicher. Das reloaden, das reloaden. Das reloaden. Da wird noch die 10 Grad hochgehen, ne? Ja. Die von dir rechts. Ja. Aber solange die weit genug von mir kommen. Nein, fuck you. Oh, Mann, ey. Kack Zombies. Parm die noch ein bisschen, Mats. Ja. Aber da unten liegt noch Loot, ne? Da liegt mega viel Loot. Da ist auch ein Slurp. Ja, ja. Aber komm ich da. Ich bringe einen Grappler to Grappler. Ja. Ich bringe einen Slurp. Da wäre auch noch Loot gewesen. An der Tanke. Ja, Mann, irgendwo da. Ich nehme Slurp in die Hand, dann sehen die nur noch mein Kopf. Jetzt. Ah! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schande, es tut mir so leid. Schande. Ja, okay. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Oh, mein Gott. Er war still gesessen. Der war zu einfach einfach, weißt du? Oh, guck mal. Die Zone musste gar nicht hoch. Muss gar nicht hoch. Ich will bessere... Sicht haben. Die oben sehen mich hoffentlich nicht. Oh, Gott, ey. Scheiße, die bauen sich hier in One-by-One, oder? Ja, linkt sich. Sieht ihr mich? Ich bin gerendert, oder? Die, das heißt. Der ist auch wide, oder? Ja. Oder war das ein Mops? Nee, der ist wide. Nein, der ist nicht wide. Jetzt ist er wide. Sehr schön. Hinter dir kommt, glaube ich. Das war die so Mops. 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 Grabload, oder Minis? Grabload hat halt zehn, ne? Ey, gar nicht nur Minis. Da ist ein Mops. Da ist ein Mops. Da ist ein Mops. Ja, ja, ich hab's gesehen. Das haben sie verraten, dich. Da kommt noch einer. Hinter. Hm. Der ist über dir. Hilf mal. Ja, ja, alles gut. Junge. Zwei Leute, da. Zwei? Ja. Ah, es sind Gegner. Ja, zwei Leute. Die fighten gegeneinander, oder? Die fighten in den Zombies. Da oben, am Tower. Nice, Zitz. Ist das ein Team? Ja. Nice, knapp. Der andere hat auch nichts, ne? Ja. Nein, doch, der hat noch was. Der hat. Nein, nein. Ja, Bloom ist mal wieder komplett auf meiner Seite. Nein, ich hab... Fuck. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott. Lauf. Am Baum. Ja, wir sehen. Trap, pass auf. Ja, mein Bloom, Alter. Mach ruhig. Okay, okay. 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 Der packt gleich seinen Raketenwerfer aus. Ja, mein safe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was... Aber ich glaub, es kommen keine Zombies jetzt mehr. Die haben irgendwas gemacht. Sicher? Ja. Let's go! Oh! What the... GG! Holy shit! 12 Kills! Oh mein Gott! Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und macht bei einem Gewinnspiel mit, was ich euch am Anfang gesagt habe. Einfach mich als Supporter, als Creator in den Fortnite-Shop eintragen. Kommentar schreiben und ja, viel Glück und nutzt den Bug nicht so sehr, okay? Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!